Und jetzt drück rein. Wir drückt bei Camen und Flexi. Heute ist nur Flexido und warum? Weil Kevin hat nur 5 Minuten in den Pool gegangen und das ist auch gut so, für mich und für euch. Warum? Weil ich richtig krass Bracker nicht war und zwar... Bis zum nächsten Mal.